Hallo, hier ist Ronja und nach gefühlten Ewigkeiten spielen wir mal wieder Stadt-Land-Fluss-Online. Das wollten wir letztens eigentlich spielen, aber dann war die Seite verwackt und... Wer ist Hieron? Ich hoffe, es ist Hieron. So, Marke. Marke ist einfach. So, erste Tat nach dem Aufwachen. Wir fangen mit S. So, Beruf. Ist einfach mit S, oder? Wohin saugst du dir Naturmüll. Dinge, die man im PC macht. Hast du schon was? Ja. So, ich hab auch was Gutes. Warte, ich hab mich nochmal verschrieben. So, Ausrede, warum keine Hausaufgabe? Äh... Mh... Ha, ha, ha... Ah, es ist schwer. Warte, warte, auf... Okay, warte... Das ist... Hm... Ich auch, ich bin fertig. Warte, 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 warte... kannst du rein ja ich bin jetzt wieder drinne glaube ich man sagen was du hattest ja ich hatte skoda das goda ok was hattest du denn bei erster tat nach dem aufwachen aus dem fenster schmeißen sich erst mal richtig harte vergeben weil warum nicht alles klar hatte ich schwertkampf lehrer schwertkampf lehrer hätte ich jetzt auch mal gewetetet aber ist jetzt ja leider nicht da vorhin hast du deine tolle sehr tief im tops zimmer haha ich schieße dich auf den mund was machst du am pc dich aufregen dich aufregen mein wund ja ich hätte spielen ok ja spielen wäre die einfache lösung gewesen jammer tops denk dir doch was wittiges anstatt dass du einfach nur fertig bist mit allem ja hatte ich ja ausrede warum keine hausaufgabe schon wieder hat der hund die katze das gefressen weißt du schon wieder was hattest du als anmachspruch tops als anmachspruch hatte ich schon mein siegespein gegessen und du meinst das funktioniert gut ich weiß nicht also jetzt werde ich demnächst probieren ok warte bist du jetzt drin tops hast du l ja ich hab l ok 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 warte ne das kann ich nicht nehmen weil das nimmt flo locker schon äh ja wahrscheinlich ich versuche jetzt dass ich mal mehr schaffe als sonst ähm erste tat nach dem aufwachen beruf ist einfach wohin sorgst du den atommüll es ist voll schwer es ist ohne müsste die ersten drei kategorien rollt man durch und danach ich mache jetzt von unten nach oben ok 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 ich weiß es nicht es ist schwierig ok ich skipp die kategorien dinge die man am pc macht ausrede ah warte ich hatte was gutes aber das ist fast nicht ganz ah das ist unlucky ähm anmachspruch 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 ist richtig schwierig anmachspruch ist glaube ich das schwierigste warum haben wir anmachspruch genommen wer wollte von euch anmachspruch nehmen wer fällt nichts ein ich habe alles außer anmachspruch ok 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 dann habe ich hier kurz Zeit oh ich könnte was sagen ich will nicht gerade was man hier noch bringen kann und was nicht ach nein weißt du ich will was witziges haben ich will nichts stumpfes mhm wartet noch witziges 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 jetzt bist du rausgegeben ach nee das ist doch so dumm das passiert mir die erste runde locker und dann können wir immer sagen aber meint es nicht so witzig wenn man es sagt als wenn man es vorliest ich weiß ich weiß ach das ist doch doof ja aber jetzt guck mal ok was haben wir denn wir haben lego wir haben lint falsch geschrieben lint ist richtig das ist die schokolade ja die schreibt man mit dt nein doch 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 echt ja keine ahnung ich hatte es schon lange nicht mehr aber ist ok lass ich dir durchgehen lange im bett bleiben lachen weil ich einen lustigen traum hatte was hattest du ha flo flo was hattest du man das ist alles nicht so witzig wenn ich es vorlese deswegen würde ich es lieber nicht vorlesen lies es vor bitte wo denn sag es einfach alles ja lexus hatte ich ok erste tat nach dem aufwachen lange seinen körper dehnen in klammer aber nicht so lange dass er bricht das ist nicht gut ok beruf lehrerin an der sonderschule in thüringen hust bei topshust so ein torg ist zu deinem atomwil in einer leichenhalle selbstverständlich oh ok leichenhaus vom nachbarn dinge die man am pc macht lange zeit einfach gar nix lol lol ausrede warum keine hausaufgabe lachen weil ich es bloß nase gezogen hab das ist so ach sorry ihr seid noch ehrlich durch ausrede warum keine hausaufgabe lianen sind über mein schulhof gewachsen ins klemmtes fest lamas wollten mit mir kommunizieren das ist wichtiger das war wichtiger Tom, bitte sag dein Anspruch hm sag ihm ja, dein Anspruch lol ich habe meine nummer verloren kann ich deine haben? wirst du bloß lange nicht mehr aus dem keller freigelassen worden oder? ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha ahahahahahahahahahahah seventender alles klar bist du wieder drin ja nick, ist die runde 5 was steht da oh, ich bin da zelt oder hast du zelt? jaja oh god das ist ich weiß auch nicht warum das so bei gehst du mir gleich ja keine ahnung gott z mit z gibt es keine marken doch gibt es erst ist halt nach dem aufwachen beruf ist ich habe mir fällt gar gar nichts an ich überlege mir jetzt so einen coolen verspruch jetzt hätte es richtig komisch für fennig sagen gibt es existierte wörter mit ausreden warum keine hausaufgabe ausreden warum keine hausaufgabe ja ich hoffe dass es nicht okay bitte bitte ich brauche nur noch ein anmachspruch ich finde es hart schwierig anmachspruch zu finden ich finde es richtig richtig schwer ich überhaupt nicht hier alles klar vielleicht bist du einfach in der totalen vielleicht hast du einfach rollen für dich ist es nichts ich bin nicht fertig ha ha hat du keine marke keine marke ist mir keine marke kannst du keine geilen Jokes bringen. Okay, das stimmt. Aber, weißt du, ich nutze mittlerweile Stadtland-Fluss, um mich auszudrücken. Das finde ich sehr schön, dass du auch so ein lyrisches Talente dir entdeckt hast. Okay, dann lass wir durchgehen. Also, Mark habe ich gewonnen. Erste Start nach dem Zähneputzen, zusammenbrechen, wenn man zu schnell aufsteht. Okay. Zahnarzt, Zimmermann, alles klar. Wohin sagst du denn? Zimmer auf dem Flur, versteckt, in dem Bett, zur Sonne schließen, zwischen Tops. Ich wollte zwischen Tops einen Ohr wascheln, wollte ich machen. Okay, weißt du, was lass ich durchgehen? Nein, das lass ich nicht durchgehen. Ich lass uns durchgehen. So, Dinge, die man im PC macht. Zeichen von Hübschbomben. Zauberervideos ansehen. Zieh mir schneiden und weil wir den ganzen Tag nur zu Hause rum sind. Und jeder einem eigentlich sagt, dass man keine Freu... Es war Textende. Ja. Gab es eine Zeichen, eine Buchstabenlimit? Freunde. Das, alles... Ausrede, warum man keine Hausaufgabe hat. Was hat Ronja da? Zeitung hat gesagt, heute fällt die Schule aus, deswegen hab ich... Hä? Zu free gekackt und die Hausaufgaben als Gubi verwendet. Weißt du, das geht... Weißt du, kann man antworten liken? Nee, oder? Nein, das geht leider nicht. Ich zeig dir, Junge. Jetzt zacken wir mal eine Runde, Wolle, Fully. Zerstöre dich in Overwatch, One Rewind mit Hans-O-Main. Alter, du Flemm. Ja, Gott, das hat Kassi... Mal gucken, mal gucken, mal reihe. Wir sind live, aber... Natur-Talent, Ich akzeptiere einfach. Es packt nicht mehr! Es packt nicht mehr! Okay, Marke. Es läuft. Äh... Mist, mir fällt keine Marke ein. Wie heißt die Hosen-Marke? Ah, ich hab's. Äh... Beruf ist einfach. Habt ihr was Gutes? Ah, das ist schwer, das ist schwer. Ich hab... Weißt du, ich konzentriere mich auf Qualität über Quantität. Nee, mein Anmachspruch letzte Runde. Ja, das ist gerade das Erste, was ich schreibe. Nice. Äh, Ausrede, warum keine Ausaufgabe? Äh... Vielleicht kann man das kombinieren mit dem Anmachspruch. Wartet nochmal bitte. Warte, warte, warte kurz. Ich muss mir noch einen lustigen Ort überlegen. Ein Ort? Was ist denn ein lustiger Ort? Was ist denn der Marke mit G? Ich brauch den für meinen Anmachspruch. Das ist wichtig. Ah! Ja, dann nehme ich jetzt doben... Nee, ich will... Ich will einen lustigen Ort, okay? Das wäre viel witziger. Ich hab auch was. Warte mal. Nee, dann nehme ich lieber nichts als sowas. Das ist frustrierend für mich. Nein, Runja. Denk einfach dran. Doch. Mann, das ist schwer. Okay, jetzt brauch ich noch eine Ausrede. Ich bin fertig. Okay, okay. Okay, Marke ist alles fein. Haben wir alle was. Also, Ghibli... Ey, das ist das allererste Mal! Das ist das allererste Mal! Was ist Ghibli? Das ist Ghibli Studios. Ghibli ist ein Auto von Maserati. Ghibli ist der von Fihiros Reise und Sauberrand. Okay, was du was... Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Aber lass mich mal durchgehen. Ich spreche kein Anime. Das ist kein Anime. Erste Tat... Gegen die... Was? Gegen die Bettkante stoßen, die nächsten 10 Minuten unter großen Schmerzen im kleinen Zeh leiden. Aber... Du hast so schnell getippt, dass du... Ich glaube, du Fehler hast. Ja, weil meine Tastatur blöd ist. Weißt du... Ich hab mich einfach an einen Doopsagin gelehnt. Nice. Gründlich 10 Minuten. Weißt du, Top-Sendet die richtige Nachricht hier. Ja. Finde ich gut. Ey, wo seid ihr denn schon? Beruf. Beruf. Achso, lol. Okay, okay. Gärtner, gelehrter Kaufmann und Gitarrenspieler. Das ist aber kein Beruf, lol. Tut mir leid, muss ich den ein... Gitarrenspieler? Was ist das? Gitarrrisspieler? Gitarrenspieler? Bist du dumm? Ja, aber das ist Gitarrist. Das ist kein... Ist das okay. War das schon? Okay. Ganz weit wegschießen. Wow, Top-Sendet. Ganz tief unter Top-Sendet im Bett. Garage! Voll Top-Sendet! Und das ist doch mit mir, oder? Geil! Arschdumpf hat sich über die Garage. Ja. Ja. Das wissen wir jetzt nicht. Nein, ich... Also... Garten, Arbeitssimulator spielen. Ganz viele Leute ärgern, weil es lustig ist. G-Easy. Was? G-Easy hören. G-Easy hören sein Leben schön. Weißt du was? Ich mag die Musik. Ich lasse dir das Binks. Aber ganz viele Leute ärgern, weil es lustig ist. Finde ich, das sind gar keine gute Nachricht hier. Hä? Was ist? Ganz viele Leute ärgern, weil es lustig ist? Ja, das mach ich auch so. Overwatch zum Beispiel. Ja. Okay, Ausrede, warum keine? Da hatte ich ja noch nichts. Ich hatte keine Ausrede. Kenze, wollte mir da erstes Geld, musste mir einen Job suchen, damit ich bezahlen kann. Gerade kann ich... Wieso schreibst du dazu? Oder so, alter? Overwatch Season 6 ist viel wichtiger. Ich bin Silber, mein Gott, hab Vertrag und Facecam bekommen. Soll ich... Willst du es vielleicht selber vortragen? Ich glaub, das kommt besser. Außerdem kann ich, hab ich schon das nächste gesehen und ich kann es nicht. Ich hab's nicht alles gelesen. Ah, warte mal. Okay, Anmachspruch. Grüß dich, willst du mit mir auf die Berge herunter jodeln gehen? Ich bringe einen Google-Hof mit, das wird so leihwons. Noch habe ich die Ehre. Weißt du, Tops, mach das und dann denkst, dann musst du dir ein neues Handy kaufen, weil du keinen Platz mehr hast für die ganzen Nummern. Ja. Ich weiß. So eine Sache ist das. Ja. Ist doch lustig. Tops, willst du mal deines vorlesen? Ja, Tops. Ja. Ganz dumme Frage, darf ich mal dein Handy nutzen, um mich anzurufen? Ja, was denn? Oh, ist doch witzig. Gehst du auch öfter hier zum Zahnarzt? Am besten funktioniert das bei den Arzthelferinnen. Hä? Naja, die sind da ja immer. Dann kannst du sagen, hey, bist du öfter hier? Und dann sagen die, ja, ich arbeite hier. Am besten fragst du gleich die Zahnarztin. Ja, bist du öfters hier? Ich weiß nicht mehr, was deins heißt. Was denn, meins? Dein, nicht deins. Grüß dich. Willst du nicht mal auf die Berge gehen und ein bisschen jodeln? Ich bin gern cool. Ah, das sollte das wirklich heißen? Ja. Arandeln, jodeln gehen sollte das wirklich heißen? Das wird, das wird wirklich so, äh, das wird mega cool. Äh, Havadere heißt mit sowas wie viel, äh, ich kack gerne nachts ins Bett. Das heißt es nicht. Havadere heißt sowas wie Holladier Wolfi. Hä? Also, das wird's nao Leiband, verstehe ich noch. Was ist denn? Also, no, Havadere. Du musst doch mal bei... No, sorry, ich war wütend. No heißt na. Ja, das hilft in dem Kontext. Das ist gar nicht übrigens. Nein, 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 nein. Alles gut, Tops? Haben wir noch ne Runde? Ja, letzte. Wirklich, ich mach den Tops einfach nicht nachdenken. Einfach wirklich so voll random. Schön. Äh. Mit F fällt mir überhaupt nichts ein. Dinge, die man am PC macht. Nun, bei F fließt es bei mir. Bei F ist furchtbar ne Plakate. Bei mir, das fließt es einfach so. Da. Warte, lass mich noch fertig schreiben. Nein, das ist doch doof. Aber auch wirklich. Oh. Ausrede, warum man keine House of Guys... Seid ihr fertig? Ich bin fertig. Ich bin auch fertig. Dann drückt, hör auf. Mir fällt sonst nichts ein. Es geht! Es geht, es läuft. Ich hab bei allen sogar was. Okay. Okay, nein. Bei mir nicht, nein! Oh, stimmt. Oh, nein. Egal, Tops, was hattest du für ne Marke? Also, Fiat. Fiat? Okay, wir haben Ferrari. Oh, wir hatten alle Ferrari. Okay. Dann, ich hab Filmschauen, weil Sonntag keine Uni ist. Ja, erste Tat nach dem Aufwachen ist frische Kleidung anziehen. Außer Flo. Alles klar. Ich hab erste Tat nach dem Aufwachen. Fokussiert erst mein Häufchen erzeugen. Du hast letzte Runde auch schon Kacken gehabt. Irgendwie, das erscheint so. Ich mein, das ist halt deine erste Tat. Ist das deine erste Tat, ne? Beruf, was habt ihr da? Ich hab Fahnenverkäufer. Ich hab Fernsehmoderator. Ich hab Flugzeug, Antiabschluss, Koordinationsassistenz. Träumchen. Ich hab, äh, wohin sagst du deine Atommüllfahrradwerkstatt? Florian Nasenhöhler soll ein guter Platz sein. Okay. Tups, tups, sch. Friedhofer will ich. Okay. Erstmal, ich find's nicht gut, dass ihr flogen überall hier ein Bord. Aber ich glaub, es hat dir keiner gemacht. Irgendwann hat jemand am PC macht. Ich hab furchtbar traurig sein, wenn man ein Video gesehen hat, wo ein Babykatz ihm nicht gerettet werden konnte. Gerettet werden konnte, aber seine Geschwisterchen schon. Ey, Ronja, geht in meine Richtung. Die erzählt eine richtige Lebensgeschichte. Nein, 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 nein. Lass mich ausreden. Ich hätte das so gemacht. Ich hab vielmals nach Rechtschreibung googeln. Und das hab ich falsch geschrieben. Die mit F. Oh. Die jeweils. Ja, ich weißt du. Ja. Ausrede, warum ich keine Hausaufgabe habe. Warte, ich will noch das Ausflug. Also meine Dinge, die am besten mal Fliegengeräusche nachmachen, um meine professionelle Karriere anzustreben und meine Mutter stolz zu machen. Wann machst du den Fliegengeräuschen nach? Weil Fliegen mit F anfangen. Sorry, was hattest du topf bei Ausrede? Vielleicht bin ich so schlau für die Aufgabe. Ich kann dir meinen Screenshot nehmen. Du hast schon wieder mit den F. Ich weiß. F statt Vogelfahrer. Ich habe mal. F to pay respect. Da würde ich gerne ein Like drauf geben, wenn das gehen würde. Ronja, guck dir das an. Guck dir das jetzt schnell an. Flink, fleißig, fesch und fragwille. Dann kaufen sie jetzt. Andersbrus, was habt ihr da? Es hat Ronja gerade vorgelegt. Es ist gerade fein. Ich habe geschrieben, früher war ich auch mal ein Abenteurer. Doch dann habe ich dann Fall ins Knie bekommen. Okay, das war jetzt ein richtiges F. Ja. Ich bin sehr kreativ. Okay, super tastisch. Wer gewinnt jetzt? Ich gewinne. Gesamte Ergebnisse. Warte, das sehen wir jetzt gleich. Warum packt das? Ja, ja, ja. Weil ich nie rausgekriegt bin. Ach so, weil ich ja den Kick. Ja, weil du locker zwei, dreimal rausgeflogen bist. Ja gut, wir wissen nicht. Wer findet ihr denn hat gewonnen? Flo mit seinen Geschichten oder Tops mit seinen schnellen Lösungen? Ja. Ja gut. Schnell und effizient. Schnell und effizient. Das gibt es zum nächsten Mal. Link, Flash und Fragen. Ciao.